Jetzt rechts auf der Plettenhain. Folge dem Weg 650 Meter. Mit 200 Metern gerade Ausflug zu den Badenberg in der Lampen 400 Metern leicht rechts abwiegen auf zu den Badenberg. In 70 Metern gerade Ausflug zu den Badenberg in der Lampen 200 Metern leicht rechts abwiegen auf zu den Badenberg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017